Die Meldungen in der KI und Tech-Branche überschlagen sich mal wieder. Also haben wir in diesem Video alle wichtigen News für dich zusammengefasst. Wenn du in Zukunft keine wichtigen Entwicklungen mehr verpassen willst, dann solltest du dich am besten direkt für unseren Newsletter eintragen. Den Link dazu findest du in der Videobeschreibung. Reverie In einem Experiment von Google und der Universität von Stanford wurde eine Simulation erstellt, in der verschiedene künstliche Intelligenzen miteinander interagieren und zusammenleben sollten. Dabei kann man sich das Ganze wie eine Art Spiel vorstellen. Auch in Videospielen haben die Gegner ja eine gewisse Intelligenz. Der Unterschied zu der Simulation ist allerdings, dass die insgesamt 25 Charaktere lediglich grundlegende Eigenschaften zugewiesen bekamen und die Dynamiken untereinander erst während der Simulation entstanden. Sie haben jeder eine Identität bekommen und sollten menschliches Verhalten emulieren. Und tatsächlich ist genau das auch passiert. So hatte beispielsweise einer der Charaktere, Isabella, eine Valentinstagsparty geplant und die anderen dazu eingeladen. Von den zwölf eingeladenen Gästen sind vier einfach nicht gekommen und drei hatten Ausreden gefunden, um nicht an der Party teilzunehmen. Bemerkenswert ist, dass nichts von diesem Verhalten fremdgesteuert war, sondern es sich durch die Interaktion von den künstlichen Intelligenzen miteinander einfach so ergeben hat. Dem Charakter Maria wurde beispielsweise vor der Party gesagt, dass sie in Klaus verliebt ist und während der Party hat sie dann stets die Nähe von Klaus gesucht, ohne dazu direkt angewiesen worden zu sein. Die Charaktere sind in der Lage, ihr eigenes Verhalten und das der anderen zu beobachten und es sich zu merken und zu reflektieren. Ein weiteres Beispiel hierfür ist, dass die Charaktere Sam und Latoya sich zu Beginn nicht kannten. Im Verlauf der Simulation hatten sie aber miteinander zu tun und als sie sich dann ein weiteres Mal getroffen haben, fragte Sam Latoya nach einem Projekt, an dem sie arbeitet. Sam konnte nicht nur Latoya wiedererkennen, sondern hat sich sogar gemerkt, womit sie aktuell beschäftigt ist. Ich würde jetzt nicht zwangsläufig von eigenständigem Denken sprechen, wie wir es als Menschen kennen. Es ist aber definitiv eine erschreckende und auch beeindruckende Entwicklung, zu sehen, dass bereits jetzt schon diese computergenerierten Intelligenzen miteinander interagieren können. Für alle, die es interessiert, haben wir das Experiment natürlich auch in der Beschreibung verlinkt, da könnt ihr euch quasi die Wiederholung der ganzen Simulation in Ruhe ansehen. Bing schaltet Ads in JetGPT. Schneller als gedacht hat Microsoft jetzt begonnen, Anzeigen in die Suchergebnisse des JetGPT-Bots in Bing zu streuen. Man würde meinen, dass Microsoft wenigstens etwas abwartet, bevor versucht wird, den aktuellen Vorsprung in einen finanziellen Vorteil umzuwälzen. Aber letztendlich muss ein Unternehmen natürlich Gewinn machen. Also sind wir, naja, nicht wirklich überrascht. Ich halte es aber doch für möglich, dass in Zukunft eine Premium-Version ohne Anzeigen angeboten werden wird. Aber schauen wir einfach mal, welche Ideen Microsoft da hat. Memory GPT. GPT bekommt ein Gedächtnis. Eine KI als virtuellen Assistenten zu verwenden, funktioniert natürlich nur so lange, wie der Assistent sich auch langfristige Informationen merken kann. Genau dies war bisher nicht möglich und Memory GPT versucht, dieses Problem zu lösen, indem es dem Bot ein Langzeitgedächtnis verpasst. Dadurch können wir dem Bot Zugriff auf unsere Gespräche in der Vergangenheit geben und ihn so uns wirklich bei unserer Arbeit unterstützen lassen. Der Entwickler hat dieses Tool schon live geschaltet und aktuell gibt es die Möglichkeit, sich mit einer E-Mail-Adresse zu registrieren und das Ganze dann komplett kostenlos zu testen. Also, falls es dich interessiert, haben wir auch da den Link in der Beschreibung. Auto GPT und Agent GPT. Auto GPT bezeichnet eine Version des GPT-Modells, welches sich selbst Befehle geben kann und diese dann auch ausführt. Anstatt eigene, vorsichtig formulierte Prompts, also diese Anweisung an den Bot zu geben, gibt man lediglich ein übergeordnetes Ziel an und der Bot lässt sich selbst einfallen, wie er an dieses Ziel kommen kann. In der Regel wird der Weg zum Ziel dabei in mehrere Schritte aufgeteilt und abgearbeitet. Beispielsweise könnte man so GPT die Aufgabe geben, eine App zu entwickeln und es würde selbstständig den Code so lange optimieren, bis das gewünschte Ergebnis erzielt wurde. Streng genommen automatisiert man also die einzelnen Schritte, die man bisher manuell finden und eingeben muss und macht dadurch die KI einfach effektiver. Agent GPT – automatische Aufgaben ausführen Im selben Atemzug muss man aber auch die sogenannten GPT-Agents oder Agent GPT erwähnen, die nach einem sehr ähnlichen Prinzip funktionieren. Der größte Nachteil von Jet GPT war es, dass es eigentlich keinen Zugriff auf aktuelle Informationen hatte. Diese Einschränkung versucht Agent GPT zu umgehen und gibt damit dem Bot Zugriff auf das Internet und Informationen auf externen Websites. Die dadurch entstehenden Möglichkeiten kann man sich kaum vorstellen. So kann man ganz klassisch der KI eine Aufgabe stellen und sie recherchiert dann selbstständig, wie diese Aufgabe zu lösen ist. Ähnlich wie ich das eben bei Auto GPT schon erzählt habe. In einem Beispiel hat ein anderer YouTuber der KI den Auftrag gegeben, M&Ms zu kaufen. Also diese Süßigkeiten. Zunächst hat Agent GPT dann alle Schritte aufgelistet, die benötigt werden, um die Süßigkeiten zu kaufen. Und dann wurden aktuelle Angebote verglichen, um den möglichst günstigen Anbieter zu finden. Man kann das Ganze kostenlos und ohne Registrierung in der Beta testen. Allerdings bricht der Agent unserer Erfahrung nach relativ schnell wieder ab. Um das Tool komplett zu nutzen, benötigt man dann einen eigenen OpenAI API Key. Den Link zu Agent GPT findest du in der Beschreibung, wenn du das mal selbst ausprobieren willst. Ich denke, die Kombination von Auto und Agent GPT bietet unvorstellbare Möglichkeiten und ist eine sinnvolle und spannende Entwicklung, die wir auf jeden Fall weiterverfolgen werden. Anthropic. Das von ehemaligen OpenAI Mitarbeitern gegründete Unternehmen Anthropic kündigt einen eigenen Jet-GPT-Konkurrenten namens Claude Next an. Dieser soll zehnmal leistungsfähiger als GPT und in den nächsten zwölf Monaten marktreif sein. In Bezug auf diese Leistung vergleichen sich die Gründer selbst mit der aktuell leistungsfähigsten KI. Ob damit aber wirklich GPT-4 gemeint ist, darf bezweifelt werden, da von diesem Modell der Öffentlichkeit kaum Daten vorliegen. Anthropic selbst verpflichtet sich bei der Entwicklung des eigenen Modells besonders der Sicherheit, da sie überzeugt sind, dass durch den Druck in der KI-Branche in der Zukunft einige sehr fragwürdige Modelle auf den Markt drängen werden. Google hat bereits 300 Millionen Dollar in das Start-up investiert und ist mit 10% beteiligt. Es handelt sich bei Anthropic also definitiv um einen ernstzunehmenden Konkurrenten für OpenAI. Das Unternehmen hat erstaunlicherweise zudem die Aussage getätigt, dass ihrer Meinung nach alle KI-Modelle, die erst nach 2025 bzw. 2026 auf den Markt kommen werden, die dann schon veröffentlichten Modelle gar nicht erst einholen werden. Also können wir davon ausgehen, dass auch bei Anthropic vermutlich hart daran gearbeitet wird, das Modell möglichst bald in der Öffentlichkeit zu testen, um eben nicht auf der Strecke zu bleiben. Mit Journey Reverse Prompts Das Text-to-Image-Tour mit Journey bietet jetzt eine Reverse-Prompt-Funktion an. Das bedeutet, dass wir den Bot einfach mit einem Bild füttern können und dieser uns dann das Kommando ausspuckt, das verwendet werden kann, um eine Kopie des Quellbildes zu erzeugen. Dabei wird natürlich das Bild nicht identisch wiedergegeben, aber die Ergebnisse sind bereits jetzt schon sehr beeindruckend und es bleibt spannend. Perplexity AI App Für alle iPhone-Nutzer unter uns gibt es gute Nachrichten. Der KI-Bot Perplexity ist jetzt auch für iOS als App verfügbar. Mit allen bereits bekannten Funktionen und bisher sehr, sehr guten Bewertungen kann man den Bot jetzt auch bequem unterwegs nutzen. Perplexity unterscheidet sich von JetGPT vor allem dadurch, dass man immer direkt Quellen mit Link zu den Antworten finden kann und man so die Möglichkeit hat, diese zu überprüfen. Oder aber auch weiterführende Seiten Informationen eben von externen Quellen zu finden. KI-Künstler Wir haben ja bereits in einem anderen Video die Software von Eleven Labs vorgestellt, mit der man Stimmen täuschungsecht nachmachen kann. Jetzt wurde dieses Voice-Cloning auf die Spitze getrieben, indem die Stimmen von Künstlern wie Kanye West oder Jay-Z nachgemacht wurden und ganze Lieder so erzeugt wurden, die täuschend echt klingen. Für die Musikindustrie wird das natürlich enorm spannend, wenn man bedenkt, dass ein Künstler in Zukunft lediglich seine Stimmproben aufnehmen müsste und dann mithilfe von künstlicher Intelligenz ganze Lieder oder Alben erzeugt werden können. Auch für die Synchronisierung von Filmen und Serien bietet das natürlich unglaubliches Potenzial, wenn man bedenkt, dass man hier tatsächlich einfach nur noch die Stimmen von Sprecherinnen und Sprechern lizenzieren könnte und dann mit einem automatisch übersetzten Transkript komplette Filme innerhalb von kürzester Zeit vollständig synchronisieren könnte. Man könnte sich zudem vorstellen, dass bereits verstorbene Künstler wie Elvis auf einmal wieder neue Musik veröffentlichen könnten, dadurch, dass man einfach die Stimme synthetisiert hat. GPT wird in Italien verboten. Italien hat JetGPT nicht verboten. Auch wenn viele Nachrichtenmagazine versucht haben, diese Schlagzeile zu verkaufen, ist die Wahrheit eine andere. Die Datenschutzbehörde in Italien hat OpenAI aufgefordert, Stellung zu nehmen und Informationen über die Verarbeitung von sensiblen Daten an die italienische Regierung zu geben. Ein Kritikpunkt war, dass die Nutzer sich bei OpenAI nicht authentifizieren müssen, um ihr Alter zu bestätigen und so eventuell auch Kinder, die KI nutzen und ihre eigenen Daten unwissentlich mit dem Unternehmen teilen. Obwohl laut eigenen Angaben das Mindestalter 13 Jahre ist, wird dies zu keinem Zeitpunkt überprüft. Dass Unternehmen Daten sammeln und auswerten, ist nichts Neues. Aber im Fall von JetGPT hat die italienische Regierung die Verhältnismäßigkeit infrage gestellt, mit der diese gesammelt werden. Es wird also eine gewisse Transparenz gefordert darüber, wie die Daten in Zukunft verwendet werden, um den Algorithmus und den Bot zu trainieren. OpenAI hat daraufhin am 31.03.2023 eine 20-tägige Frist erhalten, auf diese Forderungen zu reagieren und bisher, zumindest öffentlich, dies nicht getan. Stattdessen hat der Konzern den Zugriff für italienische Nutzerinnen und Nutzer bis auf Weiteres eingeschränkt. JetBase als GPT für die eigene Website Mithilfe von JetBase kannst du dank einem Widget einen eigenen Chatbot für deine Website anbieten. Der Bot hat einen Zugriff auf die Informationen und Inhalte deiner Website und kann so den Besucherinnen und Besuchern mit Rat und Tat zur Seite stehen. Die notwendigen Daten kann man dabei in Textformaten wie Word, PDF oder einfachen Textdateien bereitstellen oder aber die eigene Website angeben und durchsuchen lassen. Je nach Präferenz arbeitet der eigene Chatbot dann mit GPT 3,5 oder GPT 4, wobei letztere Variante deutlich teurer ist. Nvidia stellt eigene KI-Tools vor. Nvidia hat ein eigenes KI-Tool vorgestellt mit dem Namen Picasso. Picasso ermöglicht neben der mittlerweile üblichen Text-to-Image-Funktion auch noch einige weitere spannende Dinge, wie Text-to-3D-Modell und sogar Text-to-Video. Das Tool ist aktuell leider noch nicht öffentlich zugänglich, man kann sich aber auf die Warteliste setzen lassen und benötigt dafür lediglich einen Nvidia-Account. Die generierten Modelle können dann unter anderem in vielen Adobe-Programmen verwendet werden. Besonders interessant ist aber die Verwendung in Nvidia Omniverse, einem Programm, mit dem man virtuelle Welten erschaffen kann. Wir bleiben für euch natürlich dran und melden uns, sobald das Tool für alle zugänglich ist. Das war es jetzt mit unserem Tech und KI-Update. Wenn du mehr solche Zusammenfassungsvideos sehen willst, dann lass es uns gerne mit einem Like oder Kommentar wissen. Und damit du keines unserer Videos mehr verpasst, solltest du uns am besten auch abonnieren. Falls nicht, sowieso schon geschehen. Wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Video.